Niemand spricht über die Young Boys. Was ist der Plan? Der Plan ist, dass wir morgen Abend gegen sie spielen. Ja, wie soll ich denn über die Young Boys reden, wenn mich keiner fragt? Noch haben sie gut lachen, die Londoner. Ja, wer weiss, vielleicht kann ja das Lachen morgen vergehen im Spiel gegen Berner Young Boys. Schilbeck-Ress, wie kann man das interpretieren? Ist das Arroganz oder Selbstverständnis? Entschuldige, was ich jetzt sage, das kutzt mich an. Das ist der Fairplay von den Engländern. Fairplay. Man sagt doch immer, die Engländer sind Fairplay. Ich wünsche mir nur, dass ich morgen ins Spiel zu reingehe, wie sie beim ersten Spiel reingegangen sind. Und auf ein schöner Grund, dass man schon Ibe ein Tor macht. Da werden wir weitersehen. Aber man könnte ja jetzt sagen, ja, die sind halt so. Die haben das Selbstverständnis, wir interpretieren es als arrogant. Ja, und das stimmt auch. So stark sind die ja gar nicht, die Engländer. Ist das ein bisschen unanständig? Einmal Weltmeister bei Ihnen zu Hause. Aber außerdem nationale Mannschaft und so weiter. Aber ich meine, die Art und Weise, das gefällt mir nicht. Entschuldigung. Das ist kein Respekt vom Gegner. Das ist nicht meine Art und Weise gewesen. Noch nie gewesen. Wir waren...